Hallo und herzlich willkommen bei Laxan zusammen und wir spielen hier weiter mit... Amnesia? Musst du kurz überlegen, was ist denn? Jaja, das wird schon mit dem Kreislam zustimmen. Jetzt sind wir im Weinkeller, wenn ich mich richtig erinnere. Ok, unten seh ich keine Monster. Ich hab doch genügend Licht. Warte, ich wollte was anderes schauen. Ok, die hab ich anscheinend schon gesehen. Zahlebücher... Musst... Petzen... Kurz, so kann ich dann alles anschauen. Und dann mal weiter runter... Und dann mal weiter runter... Wo kommt das Geräusch? Vielleicht hat das ein bisschen schlimmer, aber ich... Mal kurz mal müssen, wo das Geräusch hat. Was ist denn das gestern? Oh Gott! Gaaaaaahhhh... Ähm ich höre, oder was? Das Wort kommt aus diesem Raum da. Da ist eine Krater. Wahrscheinlich ist es hier ein riesiges Gebiet. Oh, genau das wollte ich nur meinen. Woher geht es? Wer will die Barret? Wer will das? Wer will das? Oder bis morgen! Oh, ich werde das Pohlen von mir, ah! Ah! Scheiße, das kommt von hier, durch euch. Weg, weg, weg. Nein! Fuck, ich will das nicht mehr. Ich habe Angst, den zu nehmen. Oh fuck, oh fuck. Ich habe die Tür, ich habe die Tür. Scheiße, ich höre ihn. Da läuft jemand. Oh fuck, ich will das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Oh, es geht in meine Richtung. Ich wollte die Tür aufmachen. Ich mache die Tür auf und renne noch hoch. Ich mache die Tür auf und renne noch hoch. Die Taste zum rennen. Ich bin nicht hier ohne Spiele geschaffen! Was hab ich überhaupt aufgenommen? Ein Glas-Complete? Was ist das? Oder Slupeed? Oder was auch immer? Was ist das? Manu? Gott, einfach zu viele Türen, ich schau mal auf den Quad. Wie läuft hier die ganze Zeit? Ich bin jetzt in dem Kreis. Hier bin ich, da bin ich, ich hab keine Ahnung wo ich bin. Okay, warte ich grad mit dem Anzeigen. Ähm, hier bin ich. Äh, hier war ich drin. Hier ist die Tradition nach oben. Da steht kein Nebenraum. Hier sind zwei Räume. Und da ist ein Rum und hier. Denk ich auch mal. Ah, da geht's auch noch weiter. Diesen Tür. Hm. Oh, sind das verschiedene vier Räume. Dann gehe ich zuerst in den Bergraum. Das ist direkt hier in diese Tür. Ich habe Angst. Okay. Ich weiß nicht, ob ich diesen Z2 noch weitermache. Ich hab keine Lust mehr. Ich hab kurz überlegt, wie so ein Tier schon offen war. Ich hab keine Lust mehr. 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 ECHT! Vollidiot! Das war das allererste, wenn ich Angst habe, was ich mache. Ich bin einfach auf die Monkey. Da ist noch ein Glas. Mehr sehe ich hier nichts. Gott, ich habe Angst den zu nehmen. Da habe ich diesmal rote Spur. Ich musste hier alles aussammeln. Ich hoffe, ihr wisst, dass ich Angst habe. Zin Kerz. Echt? Ich habe mich jetzt hier wieder raus. Wie komm ich hier wieder raus? Warte mal Da oben rein, wie komm ich da hoch? Nimm den, nimm den, was? Nimm es den Arzt hier Bleib stehen Bleib stehen Jetzt muss ich irgendwie hochkommen Sch-sch-schieben Was will ich hier schieben? Sch-schieben da an Zum Schienen halt! Link Master! Was mache ich hier in der Zeit? Ich muss hochkommen! Wie komme ich hier hoch? Da sind lauter Gässen, wieso nehme ich nicht die? Wieso? Kordos kriege ich nicht. Ja, wenn schon richtig aufstapeln. Jetzt kommen... Ich lege die Hose hoch, ich mache es zweistufig. Ich habe hier genügend Kissen, da ist hinten sicher welche. Hör auf zu reden! Hör einfach zu reden! Hör einfach zu reden! So, jetzt! Ich brauche noch eine Kiste! 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 Ich bin hier beschäftigt. Das ist doch nicht wahr! Ich muss doch mal nach unten. Ach, gar nicht. Durchsprung geht auch nicht. Also während man... Sprung... Dücken... Dücken... Ja, wir dücken uns. Ich brauche noch eine Kiste. Was du nicht sagst. Wie kann man das nochmal rotieren? Ich brauche noch eine Kiste. Da ist noch einer. Gut. Ich muss es nicht schaffen, einen Engel hoch zu kommen. Ich brauche noch eine Kiste rein. Ich brauche noch ein kleines Loch. Wie kann man das runterziehen? Ist das denn nun? Wir müssen nur ein kleines Loch rein. Das ist ja nicht so ein kleines Loch. Ich brauche noch mal ein kleines Loch. Ich habe es ein bisschen verstanden. Die Steine kann ich so nicht schieben, ich brauche die Fässer dazu. Jetzt geht er weg. Jetzt geht weg? Ich weiß noch nicht was das bringt, aber geht von mir. Jetzt liegen alle unten. Du musst rauskommen. Was mache ich hier oben oben? Scheiße, ich lasse die Lampen weg. Ich habe es vergessen, die wegzumachen. Ich brauche eine Kiste. Das kann ich nicht nehmen, oder? Ja. Ich weiß. Und ich schiebe. Ich muss alles runter schmeißen, oder wie? Wenn du es zum Objekt erhältst, kannst du mit dem Weckenmaustrasen einen besonderlichen Entschluss geben. Was mache ich hier die ganze Zeit? Bitte sehr. Es geht schon! Jetzt habe ich vergessen, dass ich das so auch spielen spiele. In dem Mist. Und ich will nicht. Ich bin nicht mehr in der Kiste. Und egal ob ich jetzt lang dauerne. Scheiß Spiel. Mal's mal da draußen. Nicht wenn ich noch früh genug ziehen und dann nicht schritten. Jetzt springen? Ich finde das klappt oder was? Spring jetzt dort auch? So, jetzt wieder alles wieder von neu. Bitte was? Wo bist du? Wo ist die Kiste denn? Ja, roll da weiter. Sag doch gleich, dass ich das aufräumen soll. Ich weiß nicht, was passiert. Ich mach die Tür auf und dann macht der Kerl mich da vorne fertig. Der schon auf mich wartet. Ah, wenn ich mich schon dafür freue. Jetzt geh ich schon mit. Geh ich schon mit. Ich mach das mal. Ich mach das mal. Ich mach das mal. Ist da wer? Auch wenn du kommst, du kannst die Tür nicht eröffnen. Ich seh da niemanden. Aber ich pass da nicht durch. Ich mach das mal weg. Ich mach das mal weg. Geh weg. Bitte. Da ich jetzt nicht durch kann. Man sieht sich dann bei den nächsten Mal. Tschüss. Und wenn nichts hier? Ich lass mich nischen. ² Ich hätte, was leisten wollen.